Und da wären wir auch schon wieder. Ich hoffe mal durch den Neustart werden die Jungs jetzt endlich mal angreifen. Weil das war eben gerade ganz schön komisch. Gucken wir mal. Müssen eigentlich alle hier links stehen? Jetzt schreiend auf den dazulaufen. Mit Hand, da mal da. Machen sie aber nicht. Okay, du. Stopp, ich will, genau, du weg. Hand, Hand. Damm. Okay. Fein. Super. Jetzt passiert genau das, was ich dachte. Einer läuft vor, der wird gleich getackert. Dann läuft der Schrein weg. Die anderen stehen hinten und halten Smalltalk über Gänsebümmchen. Ah, na also. Erster Fleet. Oh, die Koblenz gehen wohl runter. Hand, da mal da. Hier überall Fortale hin. Damit ihr schnell weg könnt. Er sieht ja übel aus. Sie fliehen, sie fliehen. Nein. Sie holen sich einen taktischen Höhlenvorteil. Genau, Schnitzel, Schnitzel. Sehr gut. Goblin gut wird ausgelöscht. Hierin halt fürs Erste. Also, gleich. Jetzt. Das noch kaputthauen, richtig. Und dann ist alles gut. Okay. Es hat auch lange genug gedauert. Schnee, 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 Schnee. Oh, ja, dich können wir auch gleich töten. Wo wir gerade beim Töten sind. Und 13 Minuten kriegen wir noch mehr zum Töten. Ich hoffe mal, die Lebenspunkte sehen so weit okay aus bei euch. Aber wir haben hier inzwischen wieder acht Zwerge, die auch hoffentlich alle gut ausgerüstet sind. Ja. Raus. So, das damit noch abbauen. Das abbauen. Wir wollen hier alles flach bekommen auf die Standardhöhe. Genau. Du sterben. Abbauen, 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 abbauen. Du sterben. Dich wegnehmen. Du warst nur für Deckbaum. Und eine Steinpicke war drin. Das ist nicht so wirklich toll. Das und das weg. Das und das und das weg. Alles weg. Vor allem das ganze Eis werden wir anscheinend noch brauchen. Denn ich wurde schon von mehreren Leuten vorgewarnt, dass Wasser echt ein Problem hier werden könnte. Und man kann wohl irgendwie aus Eis Wasser machen. Hoffentlich nicht wirklich wüsste, wie. Haben wir noch irgendwo Wasser? Wir haben Eis. Wir können aus vier Schnee Eis machen. Können wir aus einem Eis? Hm? Aus einem Eis irgendwie Wasser machen? Eis und Kohle vielleicht? Oder es gibt vielleicht ein Eisschmelz-Rezept? Ist hier nirgendwo ein Wasserblock? Bist du? Du bist eine Flasche. Okay. Nee, ist ja auch viel zu weit hinten im Deckbaum. Eventuellen Feuerball auf den Eisblock schmeißen. Eventuell. Das müssten wir mal testen. Dazu bräuchten wir allerdings erstmal den Feuerball. Genau. Das alles einsammeln mit der Geschwindigkeit, bitte. Ganz den Schnee hier weg. Eigentlich hätte ich auch ganz gerne den Sand hier ersetzt. Zum einen brauchen wir Sand, zum anderen hätte ich gerne überall den gleichen Boden. Das ist doch wieder Deko-Arbeit, die nicht so wirklich Priorität haben sollte momentan. Aber trotzdem. Das da weg, das da weg. Was hätte denn eigentlich momentan Priorität? Fenster und Schienen, die wir beide erstmal nicht brauchen. Nein. Priorität hat wie immer Rüstung, Waffen und meine Steinmauer. Da, nein. Wo ist meine verdammte Steinmauer? Da ist die Ziegelwand. Hä? Schindeldach? Achso, war die hier unten? Ja, die war da unten. Okay. Ja. Also echt die Gleise. Na gut, bauen wir die Gleise. Eisen. Eisen. So. Die werden wir auch platzieren müssen, nehme ich an. Und die müssen erstmal hergestellt werden. Also das bauen, das bauen, das bauen. Das entfernen, das entfernen, das entfernen, das entfernen, das entfernen. Das und das weg. Schnee getöten. Tom, 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 tom. Schauen. Mit den Zäunen, ja. Also die Holzzäunen bringen fast gar nichts. Und bis hier hinten kommen die meistens eh nicht hin. Wenn wir dann später die Metallzäunen kriegen, werden wir sie eh positionieren müssen für den Techbaum. Den können wir jeweils vor der äußersten Mauer immer zwei, drei hinstellen, denke ich. Also sobald hier genug Platz ist. Und das ist jetzt schon eh voll gewachsen. Hier, ihr kriegt ein Portalbein. Och. Jetzt muss eh alles weg. Schnee fällt natürlich auch genau danach. So, weg, 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 weg. So, erst muss der Baum weg. Fehlt den Baum, hau den Block da weg. Job, job. Ersetze Schnee, Ersetze Schnee, Ersetze Schnee. So. So viel Arbeit. Und ich wollte auch noch Licht hier haben. Wobei ich da noch nicht genau wusste, wie. Warum bist du krumpig? Da ist schon wieder ein Loch da oben. Das wird langsam unheimlich. Da. Äh, öh, öh, da. Bitteschön. Ah. Das könnte der Schnee sein, der immer wieder drauf landet. Äh, ja. Okay, wie machen wir das am besten? Ich hab ne Idee. Wir machen so, so, so. Das kommt alles weg. Er müsste glücklich sein, richtig? Richtig. Also, zufrieden ist er. Dann machen wir hier noch ne Reihe von dem Stuck. Und da drüber ne Steindicke. Dass es wirklich abgeschlossen ist. Ja, das klingt gut. So, da einen Stein bitte hin. Warum lauft ihr alle wieder schreiend weg? Geht schlafen. Ihr habt jetzt wieder ein ordentliches Haus. Zwerg. Geh schlafen. 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 Geschlafen. Schlafen. Wir sind alle an der Schlagung. Geschlafen. Schläft. So. Jetzt können wir 8er Zwerge synchron schnarchen beobachten. Schlafen. 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 Genau. Du musst auch noch schlafen gehen. So. Ihr macht das schon. Ich guck mal währenddessen mal die Welt an. Das alles. Weg. 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 schön flott für so ein einzelnen zwerg und futtert alle Bärenbüsche weg. Das ist nicht so toll. Also ja, das wird begradigt, das hier kann auch noch begradigt werden. Holz können wir immer brauchen. Welle kommt in fünf Minuten, aber die Wellen waren nicht so wirklich stark jetzt die letzten Male. Da müssen wir uns nicht so den Kopf drum machen. Da ist jetzt der Schnee, da ist der Schnee, da ist der Schnee. Alles einsacken. Gut, die Lebenspunkte regenerieren sich. Das da bitte weg. Wie schaut es aus mit Stuck? Wir haben kein Wasser. Ja, wir wären wieder bei dem Problem. Ich probiere jetzt mal einen Eisblock zu setzen. Da und zwar neben einer Fackel und ich gucke was passiert. Das sollten wir am besten nicht bei uns oben machen, sondern mal hier. Bauereis. Und wo wir gerade dabei sind, baut hier bitte mal einfach so eine Schiene hin, damit wir den Fortschritt bekommen. So, gucken wir. Also ich sehe keine Tau-Effekte. Ah, oh, doch. Aha. Okay, okay. Neue Aufgabe. Mach das Wasser weg, war das normal. Nein, also wir können so wirklich einen unterirdischen See anlegen. Aber nicht unbedingt hier. Da sollte eigentlich mein Hauptfahrstuhl hin. Also drei wichtige Fahrstühle, die einmal in die Höhe führen, einmal in die Höhe, einmal in die Höhe. Wo kommt denn da sie hin? Also es ist eigentlich ziemlich egal, wohin. Wir werden ja nicht so häufig hingehen, denke ich mal. Hier ist überall schon cooles Zeug. Weg, weg, weg. Ich will meine Skaffels wieder haben. Überall Zeug, so. Also eigentlich hätte ich schon ganz gerne in meinem Turm den See. Aber das ist ziemlich dekadent, ja? Oh, wir könnten hier zumachen. Oh, warte mal. Wir bauen einen See über dem Schlafsaal von den Zwergen. Links und rechts. Das ist doch mal lustig. Baustein, Baustein. So, dann brauchen wir jetzt hier nur da und da fackeln. Da und da fackeln. Und setzen dann hier Eis. Nicht möglich Eis hier zu bauen. Warum das denn? Okay, dann halt da unten. Baue Eis, Baue Eis, Baue Eis. Ich hatte hoffentlich nichts geplant für hier oben. Baue Eis. Flop, flop. So, jetzt haut er ab. Das wird gleich alles nass. Jungs. Ernsthaft, ihr werdet gleich nass. Ah ja, ihr macht das schon. Das da weg. Das da weg. Das da weg. Wir hatten noch ein bisschen was an Stückenbühne. Ja, zwei Stücke. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Baut das bitte da und wo immer wieder das Efeu wächst. Da und da. So, Portal direkt neben dem Org. Das ist okay. Und die Schneeblöcke hier nerven. Du. Nein, nicht in den Ferne Tisch. Kontrolle übernehmen. Mach das da weg. Mach das da weg. Befreien. Ausrüsten. Stopp. Bogen. Bogen. Nein. Du. Bogen. 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 Ich glaub wir haben's alle. Ja, okay. Wer kriegt wirklich die Tür, wie sie das gehört? Für tapfere Zwergen. Und tacker die weg. Oh Gott. Da kommen die ganzen Yetis vor allem her. Ich denke, die Tür wird auch nicht mehr lange halten. Wir bräuchten demnächst mal eine Eisentür. Eisentür. Ich sehe gerade keine. Hinter der Eisenrüstung. Da ist eine eiserne Tür. Hinter unserer Steinwand. Bahnhaltestelle ist das nächste. Sitzen wir gerade mit einer Belagerung. Ne, nicht Silber. So, so. Das bitte nachher aufstellen. So, puh, 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 puh. Bring bitte die direkt vor der Tür zuerst um, damit sie die Tür nicht kaputt haben. Hunter. Ja, das geht gut, das geht gut. So, was macht unser Pool? Unser Pool taut nicht auf. Was? Warum ist es hier unten aufgetaut und da oben nicht? Äh, vielleicht weil es innerhalb eines Wohnbereichs ist. Das ist komisch. Na gut, das war es mit dem Indoor-Pool. Entschuldigung, Zwerge. Weißt du, wir müssen das echt hier unten machen? Wahrscheinlich irgendwo links oder rechts. Na gut, hier ist eh eine Abzeige. Dann machen wir mal hier ein Dreier-Pool. Also, 3 mal 2, das reicht ja vollkommen. Und dann nicht. Moment mal, die Fackeln stimmen nicht. Ach nee, hier muss noch dort aufgestellt werden. Okay, passt alles. Ähm, also, die Fackeln stimmen. Ich kann mir das gerade schwer vorstellen. Also, das ist eigentlich zu. Dann ist hier, hier und zwei Felder von da nach rechts. Da. Wäre der andere Pool. So, glaube ich. Okay, das muss weg. Das muss ersetzt werden durch Dirt. Äh, ersetze Stein, ersetze Stein, ersetze Stein, ersetze Stein, ersetze Vorne Stein, ersetze Vorne Stein, ersetze Vorne Stein, ersetze Stein, ersetze Stein. So. Dann wird das wieder zugemacht. Dann muss das ganze Zeug da weg. Aber du, wähle Zwergkontrolle übernehmen. Du musst mal ganz kurz dick gutes Zeug machen, das tut mir leid. Kann man das hier nicht mehr ansehen. Und dem ganzen grünen Zeug direkt neben unserem Indoor Pool. Oder quasi Indoor Pool. Zukünftigen quasi Indoor Pool. So. Gehen jetzt zwar ein paar von den... Äh. Von den Blättern da kaputt. Aber wir brauchen die Blätter hier nicht. Zu. 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 Weg mit dir. So. Zu. 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 Was hast du da vor? Achso. Du haust unter uns das Gras weg. Ist okay. Zu. Zu. Lass mich bitte raus. Bitte raus. Genau. Geh da raus. Zu. Zu. Wir haben da ja schon Wasser. Ne, ne, ne. Trotzdem. Alles weg. Doppelte Geschwindigkeit. Komm. Go, go, go. Chop, 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 chop. Nicht, nicht, nicht. Genau. Genau. Wir haben da ja schon wieder raus. 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 Vielen Dank.